Was? Jetzt schenkt mir eine frische halbe Bier ein. Ich brauch heute einen Knadenkopf. Sehr gut. So. Ja, Herrschaft, seit dem Badstorf, aufschmeißt mir die schöne Knie runter. Die Versicherung zahlt wieder nicht. Ein bisschen müsst ihr schon aufpassen. Ja, ja, jetzt weiß nicht, Marie. Ist schon gut, ich hab heute das Mahlgeld ein bisschen großzügiger kalkuliert. Das ist schon drin. Aber zusammenkirn, zusammenkirn, die Trauung ist bald auch nicht. So, Boys, da waren wir. Jetzt so, ich muss nur noch eine kleine Situation, wir bauen uns am besten da hier unten auf. Genau, ein Lautsprecher ist immer her. Kiki Synthesizer, dann rüber.